Willkommen zu LOG Cool Wir bauen was zu essen, Digga Komm doch gleich mal zum BSN mal fahren Wenn es den hier überhaupt weg gibt Ah, auf der Map gibt es auch diese T-Shirt Läden Ah, guck mal, hier ist gleich die Feuerwehr Geil Wenn ihr mal einen Job sucht, Feuerwehr ist immer offen Ja, was sind das Wort? Cool Gut, da wo also die Autos sind, kann man natürlich sich auch so Dinger kaufen Jetzt Autos und so Gibt es ja eigentlich eine Geschwindigkeitsbegrenzung? Das ist auch eine gute Frage Die haben geheiratet Okay, also heiraten kann man auch auf dem Server Hier ist die Tanke mit einem Tegel kennzeichnet Tee für Tankstelle Ist klar Okay Gleich hin rüber Wie heißt es nochmal? Burger Short, genau Ah, warum gibt es hier keinen Drive-in? Äh, äh, Drive-in meine ich Dann fahren wir mal auf dem Parkplatz Wir sind VIP, ich kann vor der Tür parken Scheiße, ja, das mache ich jetzt auch Ich dachte, da gibt es noch rechts einen, aber ne Ach Gott Motor lassen wir dazu natürlich laufen Oh, coole Türgeräusche Ja, weil du gerade gelabert hast, habe ich es nicht verstanden Und Und Bedienung ist auch ganz Wow, die Bedienung ist auch nett New Kids Meal Weiter Beef Tower Hm, das hört sich doch Das hört sich doch gut an Gehen wir mal weiter Meat Steak Oder Steak Oder keine Ahnung Ich nehme ein Salatmeal Ich hoffe, wir sehen uns wieder, Herr Ja, genau So sieht es auch aus Wir nehmen natürlich kein Salatmeal Äh, okay Man darf es natürlich nicht mit Enter bestätigen Sondern? Na ja, weiß ich nicht Mit Leertaste? Ja, mit Leertaste Ich hoffe, wir sehen uns wieder, Herr So, ich bin voll Zwei mal wieder Oh Ja, ich auch Enter Wie gehst du raus? Na hier Ne, ich bin vor der Bedienung Na Enter Mit F Mit F bei mir, okay Oh, guck mal hier Hallo, Sir, möchten Sie noch etwas zu essen haben? Oh, hier ist grad keiner da Na ja, ich geh wieder weg Ich hasse diesen Job So, frisch aufgetankt Ähm, gehen wir jetzt Ja, wo gehen wir überhaupt hin jetzt? Na, ich würd erst mal zur Bank erst mal gucken und so, ja Oh Hast du stecken geblieben? N-Nein! Oh, erst mal hier so ne kleine Baustelle Ich glaub, wo geht's denn zur Bank? Oh, das ist ja nice gemacht, ey Sowas liebe ich auf solchen Servern, wenn's da noch ne geile Baustelle gibt Da ist die Bank Oha! Hä? Oha? Oha! Sogar... Sogar einen Kreisverkehr gibt es So Wir parken natürlich nicht auf dem Bankparkplatz, sondern direkt hier Willkommen, äh, am Bank-Business Aha, das kann man sich auch irgendwann kaufen Cool, kann man da rein? Äh, nein Achso, erst wenn man das, erst wenn man sich das kaufen kann, oder wie? Ne, glaub ich kaum Ja doch, dann kann man das auf dem Bankautomaten machen, Lukas Ach genau Haben ja ein paar gesehen, glaub Aber ich weiß nicht mehr, äh, wo die war So, gucken wir erstmal hier Ah, hier vorne ist gleich die Ballast und ist natürlich standardgemäß an demselben Platz Ui, was denn das? Äh Ich glaub hier ist, hier ist die Taxi-Base, oder? Guck mal gleich mal runter, scheiß drauf Die Post, alter, das ist die Post Oder die Ta... Äh, wenn ich hier reinfahre, dann... Guck dir mal an, wie ich fahre Ja, das sieht scheiße aus, am meisten Ne, fahr doch mal hier lang, ey, das ist ja voll verbuggt, ey Ja, vielleicht so für Taxi, äh, zugänglich, darum Ja Oh, und hier ist so ne, achso, ja, hier ist die Ballast-Base, wie du gesagt hast Pfff, okay, sieht der jetzt nicht so besonders berauschend aus Ne, ist halt, ja Ach, warte mal, da hinten wäre doch eigentlich, ähm, auch wieder ein Autohaus, oder weil da so viele Autos stehen Machen wir heute einfach ein bisschen Rundgang durch die Maps Oh Oh, cool Ist also das Motorrad, Quarz, äh, alles andere, äh, alles raus, so für Zweirädrige Außen natürlich mit Quarz Zweirädrige? Ja Wollen wir gleich mal zur Stadthalle watchen? Ja, wir gucken, äh, wir watchen mit der Stadthalle Äh, äh, ich meine... Nein, äh, ich meine natürlich das Stadion Stadion meinst du? Du wechselst das Stadion mit einer Stadthalle Äh, hier ist auch noch eine Base, oder ist das nur... Ach, ne, Lukas, das dient, glaub ich, zum Gangwalk-Gebiet hier, bei den Dingern Ah... Dass man das dann einnimmt bestimmt, die Gebiete Geil Boah, warum sind links so viele Autos? Alter, links sind die ganzen Häuser und so, und auch richtig gut gemappt So richtig gut Das gab's Bonzen, Bonzenviertel da vorne Nee, eigentlich nicht Für den so, oder? Wollen wir da mal hingehen? Ja, stimmt nicht Weil Stadthalle ist, glaub ich, normal wie jede, oder? Ja, die haben wir ja Ah, Stadion Hier ist auch bestimmt, hier ist bestimmt so Fraktion hier Ja... Geile Figur Ja, aber, äh, irgendwie scheiß Base Dieses Haus gehört... Okay, ist cool, cool, cool Das sieht doch aus wie die Ballastgegend Ah ja, hier Ey, Freunde Oh ja, hier ist, glaub ich, die Ballastgegend Oh, wow, wow Alter, das sieht sehr stark danach aus Und das finde ich auch sehr, sehr passend für die Ballast eigentlich Weil das ist ja auch so eine Ghetto-Gang Ähm, dann passt das ja sehr geil hier rein Freut mich! He, freut mich! Und gefällt mir auch sehr gut Äh, ohne Scheiß jetzt Wollen wir jetzt mal zur Stadthalle? Ha, aber jetzt wirklich zur Stadthalle meine ich jetzt auch so Ja, wach mit deinem scheiß Fahrzeug nicht rum Ich hab' keinen Bock dauernd die Tasse da zu drücken Wow, warte mal Wo bist du? Warte mal Wo bist du lang? Na, ich bin oben lang Ja, fahr doch einfach, äh, zur Stadthalle, weißt du wo lang? Nö Jacuzza greift die Gangzone an Ah, der Ballast greift es an Dann kann man ja dauerhaft Gangwar machen, wie es aussieht, ne? Na, ich glaube nicht, aber guck mal, wie spät haben wir es jetzt? Ja, gut, aber wenn es dauerhaft wäre, ist das echt scheiße, ey Das ist natürlich Reallifer, aber irgendwie auf Dauer ist es dann noch echt anstrengend Ah, hier war ein Blitzer! Scheiße! Echt? Ja, da war eine Blitzeanlage So, ich bin bei der Stadthalle, wie es aussieht Oh Gott, also Lukas, auf der Armonation Straße gibt es einen Blitzangäber Wie viel darf man fahren? Weiß ich nicht, da bestimmt 100 Boah, das sieht ja fett aus hier Gell, sieht geil aus Alter Auch die Straßen sind anders gemacht Na ja, klar, ist doch geil, ey Wie ist es noch Burger King? Äh, ist ja alles komplett neu gemacht, wo bist du Lukas? Hinter dir Achso! Du bist gerade umgefahren Ne Oh, äh, jetzt, jetzt sind wir wieder hier Jetzt habe ich Ey, das ist ja richtig geil gemacht, ey Ja, man Das gefällt mir So, jetzt fahren wir nochmal links lang Weil ich glaube, ich hab's doch nicht rum Digga Ha, das ist ja geil Ha, das ist ja geil Ha, das ist ja geil Ah, das ist hier also die Stadthalle eigentlich so jetzt fast wie es auf jedem Server jetzt immer komischerweise ist Aber das gefällt mir hier mit, mit, mit diesen Huckeln und dann kommt dieser neue Asphalt Hast du schon geil gemacht, ey Das sieht dann echt auch so aus wie eine Innenstadt Hier geiler Eingang Das ist auch neu gemappt hier Weil eigentlich wäre hier rechts, äh, frei, ne? Da wie dieser blöde Brunnen immer ist auf jedem Server Ah, stimmt, ja, genau Boah, das Dings gefällt mir hier, was ist denn das mit der Kuppel da? Was ja auch los ist, ne? Boah Krass Um den Baum herum gemappt, dieses Ding Was ist das hier? Die Werbezentrale News Ah Cool, kann man da rein, da kann man da rein Also hier ist die Newsbase Um Werbung zu schreiben, benutze Leertaste Cool Ah, ne Ah, das gefällt mir richtig geil Und da, was ist da drin? Ja, da kann man nur als News rein Ah, genau Das gefällt mir aber auch sehr Was ja auch los ist, ey Aber Respekt, ey, das gefällt mir saugeil Was ist hier? Dieses, ach, der Waffenladen Gucken wir da mal rein Oh Ich klaue nicht mein Fahrzeug Ja gut, der Waffenladen sieht aus wie jeder Waffenladen Das ist LSB-Mail Jo, äh Äh, kann ich nicht Bestimmt haben wir noch nicht so die Rechte dafür Und weiter geht's Ach, hier ist das LSBD Wow, was haben die denn da raus gemacht, ey? Diese blauen Dinger da Dann noch einen Fahrstuhl aus Glas Was? Fuck the Police Wollen wir da mal rein? Na komm Ich bin eh nicht so gerne drin Weißt du wo? Oha Alter, hier sind voll viele Cops drin, ey Ich hab' ich grad auch gesehen Scheiß drauf Gehen wir hier mal rum Hier ist auch ne Überwachungskamera Und hier ist das Warte mal Haha Haha Aber sehr geil gemacht Okay Du hast ihm die Tür geöffnet? Oh Luzifas Pfeil Da Luzifas Pfeil Da war die Frau Da kann man rein Oh, du zack es ist nicht du Du bist drin im Gefängnis Haha Ne Ja, der Der kommt da nicht raus, ey Scheiß, hey Oh oh, wenn Oh, wenn das die Cops sehen Echt? Ich wusste doch nicht Ich Ich will da raus Hallo Oh oh Ich guck mal was die Cops machen Ich hab' mir grad nen Vortrag oder so LSBD Heal Dann sag mal, dass du nicht raus kommst Oh oh, Lukas Da kommt Pullen Komm jetzt raus, komm raus, komm raus Komm raus Komm raus Und schnell weg sein Ich hoffe, die kommen nicht raus, Alter Oh, hi Oh, die kommen hinterher, Lukas So n Quatsch, ey Bist du verarschen? So, ab in die Stadthalle Alter Ich wollte fast überfahren So, ich geh jetzt mal in die Stadthalle Jetzt töten wir erstmal noch einen Oh Scheiße Was hast du denn du gemacht? Oh nein Wo bist du jetzt? Oh, ich habe einen getötet und ich habe Deathmatch gemacht Jetzt muss ich zwei Minuten warten, ich bin irgendwo Na gut, wir sind sowieso grad in der Zeit zum Schneiden Achja, das passt doch Jo Aber, also auf jeden Fall, der erste Eindruck von dem Server ist genial Nein Genius? Genius, ja Genius Seriously Okay, dann bis zum nächsten Mal Okay, haut rein Tschüss, tschüss